Wie siehst du, wie seht ihr Ann-Marie, wenn ihr an sie denkt? Was ist dein Bild von ihr? Was sind die Bilder, die ihr euch anschaut? Wir sitzen hier in eurem Wohnzimmer. Ich sehe Bilder, die ihr von ihr aufgehängt habt. Was ist das Bild, mit dem du sie erinnerst? Eigentlich eher gewinnendes Lachen. Das ist auch das, was mir momentan am meisten fehlt. Sie ist mit mir morgens immer in die Firma gefahren, um dann weiter zum Bahnhof, zur Schule zu gehen. Und wenn sie morgens noch ein bisschen Zeit hatte, dann hat sie laut Musik gehört, ist lachend, hüpfend, singend durch die Räume gehüpft. Wo ich immer gedacht habe, Kind, gib mir fünf Minuten, ich muss erst mal wach werden. Sie war immer sofort gut gelaunt, sie war immer gut gelaunt. Wo ich sie warum? Vielen Dank.